Hey, ihr kommt mit! Den Alfa Romeo Bereich müsst ihr gesehen haben. Hier im Autohaus Braun in Leonberg haben wir viele Alfa Romeo Modelle mit tollen Akzenten für euch Menschen, damit auch jeder von euch sein neues Traumauto in der passenden Farbe bei uns findet. Individuelle Designs werden bequem in den Sitzbereichen abgesprochen. Hier gibt es definitiv viel zu entdecken in unserer coolen Hütte. Genießt und staunt! Und wenn ihr dann mehr über die Autos erfahren wollt, sind meine vielen Freunde vom Verkauf für euch da und erstellen individuelle Finanzierungen. Auf geht's zum Autodoktor! Hier in der Werkstatt werden die Autos genauestens auf Mängel inspiziert und repariert. Die Mädels aus dem Service begrüßen euch und kümmern sich um eure Anliegen. Der Alfa Romeo Bereich im Autohaus Braun in Leonberg bietet viel. Ich hoffe, meine kleine Führung hat euch gefallen. Kommt doch selbst mal vorbei!